um alle leute und kann er hat es kommen jetzt eine weiteren aufnahme Horst und geht zusammen mit Markus Juli ich habe mich bereit für ein Mordi nicht und ich habe gerade vergessen nach was ich gehen muss das heißt jetzt sagt zwei erfüllte Hammer eine gute Wahl so wir gehen direkt alle auf der Tempel öffnet seine Tore in zehn Sekunden so sieht man muss mir überzeugen können nachher vielleicht gegenseitig wie hohe bestien ihr habt ihr an uns da steh ich nämlich und da kommt auch schon der Besuch er war doch gerade hier das ist ja auch in den Busch da aus dem Weg ja gegen Muradin zu lehrten er brauchst mich bei sowas nicht hier in ich bin Muradin ich will mich doch selber nach ein paar Sekunden mit den Schaden bekommen der Verfahren ist ja groß zeig mir wo es lang geht Alter ich hab Lenk das ist stur Alter alles vollkühlt das ist richtig schwul Alter 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 könntest du dich bitte wieder fangen du hast mein Internet gesagt Alter ah jetzt gehts wieder ich weiß nicht ob das Internet lexeln oder ob man Computer liegt aber ja ich bin aktuell auch auf mein Internet eigentlich und bald er entspricht mein ganzes Herz der Strahle dank immer eurem Heil okay wir nehmen den oberen mhm ja die Tampel sind von meiner Mann 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 dass keinen dieser ehrenden Stärken in ihrer Nähe die Tampel sind von meiner Mann die Tampel sind von meiner Mann mhm Achtung oh ne In sein Geschäft kommt, hilft mir, sehr schön. Das ist schon besser. Oh, ein Karmel. Oh, shit. Oh, Alter, wie einfach alle Karmel, Alter, Gott. Schnell, Flieger. Komm her. Komm her. Komm her. Schade, ich hatte meines Randard aufgeladen, sonst wär das tot gewesen. Mach von hinten wieder Atanas? Ach, come on. Da war ich natürlich auch aus. Ich hab versucht, sie aufzuhalten, hätte ich. Boah. Und jetzt die andere. Seid zukünftig lieber doppelt wachsam. Doppelkill. Doppelkill. Jetzt einmal zurück und dann noch auszuziehen. Ja, weg. Ich bin einfach weg, der wir nicht geben, aber nicht zufen. Ja, da war es. Ja, da ist das alles, was ich Political. Ja, da habe ich nicht zufen. Ja, da sind sie jetzt nicht zufen. Ich nehme dich zufen. Ja, das ist auch sehr gut. Na ja, da ist es das Ulолen. Ich nehme mich zurück. Oh. Oh, fuck it. Nicht. Ich geh jetzt schon wieder. Oh. 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 Ich ziehe mich zurück. Haltet hier die Stelle. Oh. Wie zur Hölle hat der sich dich auf der Ausflug kommen, ey? Ey, du bist so low. Was? Nein, ich hab die Runde verdient jetzt. Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen. Wir haben das Schiff! Wir sind unbezwingbar. Ein guter Kamp. Wandelst du! Wir sind unbezwingbar! Alter Ja ich weiß, aber dass ich so lange getötet bin Wann war ich eigentlich nicht mehr drin gestanden? Ich dachte eigentlich ganz daneben Lass keinen dieser elenden Stärklichen in ihre Nähe, um ihnen mal ein Vorzersteller Auf wen stürze ich mich als nächstes? Beide von Zeiten nur drüben Alter, what the fuck Wo noch wacht ihr? Gar nicht schlecht Wir sind unbeziehbar Oh fuck Oh fuck Mitnehmen Ich habe die Kiteовать Ich habe die Kitee vor, vielleicht nicht mehr Ich habe die Kitee vor, dass wäre Was die Ich habe dich in eine Welt Die Kitee für die Kitee Ich mache mich nur noch Was? Auf, auf. Was, du höln? Mach Jayna! Brennt einfach weg und lässt dich sterben. Ja. Boah, hast du ja auch viel geleckt worden. Ja, wir haben gewonnen. Leider dieser Unterschied. Nun kümmert euch wieder um euren erbärtlichen Krieg, Helden. Kaltäas hat aktuell keine Schreibrechte. Der hat scheinbar sehr viele Ausdrücke in den Chat geschrieben und dafür wurde ihm verboten zu chatten. Recht versteckt ist, wenn du auf Tab gehst und dann über dieses gelbe Schild bei seinem Namen, er ist doch horch nett. Ich geh da jetzt nicht rein, es sind 3 Gegner und es sind 3 Leute drüber mir, kannst vergessen. Sondern sogar mehr als 3, man 4 oder so. Hier, weißt du schon, dann brauchst du mich auch noch geholt, der nicht von ihnen. Ich werde weggedrückt, nein, ich werde diese scheiß Tornade weggedrückt, mein Gott, ich kürze. Geht's mir nicht mehr. Alter. Mir geht's einfach. Jetzt sind sie schon 4 level gegangen Ja, wenn halt das ganze stirbt ne Ja, also Stimmt, Dauerschleifern Ja, aber ich würd sagen uns nix eigentlich nicht Das wird nicht mal mein größter Jesus Ne, bringt nix Ich hab trotzdem die ganze Zeit live verloren und war fast tot Klingt einfach echt überhaupt gar nichts Oben ist wenn dann nur einer, lass den oben machen Jetzt bekommen wir gleich Besuch, wir müssen es noch schnell fertig haben Ok, wir haben es fertig bekommen Der Gegner, wir wollen die Zitadelle an Die Magier einer Tempel versiegt Wir haben Reitgele jetzt ausgestattet Kälters bist am Feeding Ohne Mist der schon wieder tot Ja, er ist dauer tot Ja, es liegt einfach ohne Mist an dem Wie tot der hat der? 9 Tode, Kälters und Zagawa hat auch 8 Ist auch nicht besser Aber die retten nicht den Tykki Aber halt, die stirbt auch die ganze Zeit Alter, das ist schon wieder tot Ja, aber grad eben oben ist nur wieder tot, Alter Das ist nochmal nicht Schlecht kann man nicht sagen Da haben wir keine Chance Oh fuck jetzt Oh hell Meine Fesseln ist nichts als Schutt und Asche Joa Zu heftig Pfff, ich hab schon Ich hab schon mal Tchinchin, ne? Port Kaltas for Feeding Was für ein Schwachsinn, Alter Zeig mir, wo's rangeht Fauen wir mal jemand anders Und Portis bleibt mir selber Mal aufhören zu sterben Da Kälter hat er 10 Tode, Zagawa hat 9 Tode Ja, also, ganz ehrlich Ja, ich versuch doch nur die zu töten Ja, toll, der andere meinst du mal nicht, oder was? Pfff Pfff Wir töten's der Heiz Das ist wirklich nicht Wir töten's Es sind, wir drei sind halt einfach die, die wir's echt können in dem Spiel, jetzt, ja? Und wir drei haben auch grad wieder die Gegner trotzdem, dass die drei Level über uns sind getötet So musst du's halt mal sehen, ne? Ja Und die anderen drei Hälten weiter die ganze Zeit, so rückwärts weiter die ganze Zeit, so rückwärts weiter die ganze Zeit, so Alter, fuck, ich geb mir Heft, was ist denn hier? Alter, ist es wieder tot Woah, und Zagawa auch Ja, Zagawa ist auch tot Ja, aber ist auch tot Jetzt hat, Kälter ist einfach 10, äh, 11 Tode und Zagawa 10 Tode Also dann Ja Ja Nee, der zerstört's noch nicht ganz, glaub ich Oder? Trotzdem T-T, weil Boah Zwei Dinge, ohne dass es das nicht geben Ach, echt Die Boss Ja, klar Wir wissen schon, dass die Boss jetzt machen werden Welch ist der Gara tot, warte ich Ja, natürlich Oh ja, alleine, rein, 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 rein Lass probieren Wir sollten dieses seltener Erstrecken What the fuck? Nope No shit Al Wie der immer sofort dich rausfickt I dive for you Fuck I Stif's, stif's Stif's, stif's Stif's, stif's Stif's, 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 stif's stif's, 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 stif's Ich bin der Tank und sie stirbt von uns Ja, die ist für dich gestorben. Versuch doch, mich aufzuhören! Klar. Was kannst du ihrer Mama erzählen, ey? Seine C. Keine Ahnung, ist die da. Ne, Maxi ist wahrscheinlich keine C. Anti-Gay ist wahrscheinlich auch keine C. Anti-Gay, ne? Anti-Gay, ja. Schon bald. Aua, das tut weh. Heal, 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 heal! Ja, ich kann nicht mehr! Ja, ich hab mich selber, ich hab nicht gemeint, weil ich die ganze Zeit bei mir auf die Healtaste gehauen hab. Ah, ich hab so gesehen, dass du Gehealt hast. Ich brauch sehr gut, dass du nicht Gehealt hast, weil jetzt kann ich den jetzt töten. Aber den krieg ich nicht mehr. Oh, M.G. Ihr wurdet besiegt. Naja, ich hab neun Kills, drei Hode, kann man jetzt nichts gegen sagen, glaub ich. Ich hab auch 11.000 XP, ich war der beste Spieler, nach mir kommt noch Jaina. Der Rest hat dann schon... Ich hab erwartet, ich hab erwartet. Ich hab erwartet das Ding. Ah, wir haben aber die Liga gehalten. Dass jemand Noob schreibt, ja. Wir haben die Liga gehalten. Wir haben erwartet, dass jemand Noob schreibt oder so. Naja, das hat schon noch gefehlt. Naja Leute, ich würd sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge und dann, ja, vielleicht mal wieder mit nem Sieg, ne? Servus! Hallo!